sind wir jetzt alle da sind wir jetzt alle da um ja ich ja da ist schon wieder ein bisschen ja ich habe aber da wo bist du bist du da okay okay also jetzt hier gut rutsch auch drei 1 2 3 los so gut rutsch das ist ja voll geblendet katholik 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 warum ist der killer denn immer bei uns sofort ich weiß es nicht er sagt man links oder rechts wo soll ich lang gehen um für eine platte doch da ist eine rechts war falsch gewesen rechts war falsch gewesen aber der rechte weg gewesen der rechte weg kommt da aber du erwartest nicht dass ich versuche dich mit der tasche wieder frei zu holen was mich hat immer wieder gleich geben ja das ist ja noch mal weg zu rennen und machen und so dann ich schaffe er kommt zu mir ach so er kommt zu dir äh ich brauche jetzt oh da ist die tür noch zu schweizer so ja wo ist jetzt also ihr habt schon ein boohentotem habe ich schon gemacht oh ne lauf weg lauf weg oh jetzt muss ich woanders sein ey oh scheiße ich muss ach Gott ich wollte eigentlich nur zum boohentotem ich hab gesagt lauf weg ja ich war schon fleißig ich auch äh ja gut ich hoffe er ist jetzt noch hinter dir herrner ich bin los ach so aber hier oh herrige so wo jetzt gleich das blaue licht angeht und jetzt aber ach verdammt ich hab er ist mir immer noch am hinterher klebt er mir immer noch ja geh nicht zum blauen boohentotem naja ich bin das ich versuche ja mein bestes aber am hinterher kleckt hier waa tatatatatata ist doch semi optimal wie lange willst du das noch machen ja das habe ich mir gedacht, oh mein Gott ein bisschen kräfte scheiß ach hier willst du dich mit reingesetzen fast fertigen gen ja ja ohne mich würdest du das noch gar nicht schaffen ach komm schon beim buchten erhält er nicht lange mit der jahre und voll machen hier hallo nee also der wachter mache ich kaputt mache ich kaputt ach so nicht so gut wenn er mit mal wieder an einem wenn ihn mal der los nein ist immer wieder wach also ich bin da noch hier hinten rum ich weiß nicht was er macht oh shit ich habe das nicht gesehen dass er hinter mir ist ein graf hallo scheiße scheiße wie oft habe ich jetzt scheiße gesagt mann ex kommt schon er war die ganze zeit da vorne und immer zack so easy genau großer keller jetzt in der kellerhütte das hat er doch gehört mehr oder ist er noch am überlegen nein so ich will nämlich erarbeitet du mal weiter ich hole mir ach so auch hier geil so denn lieber ein bisschen was macht er fützen da oder was ich kann das nicht sehen er macht da gar nichts glaube ich eigentlich also ich sie hier nicht eine pütze kriegst das alleine hingraf oder ne ja ich bin ich bin nachdem er hat er mit glaubt man doch ja ja ich habe auch ich habe das noch erste status ja ne ja als so wieder da glaube ich brauche ich erzählen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin zweiter wenn wir durch ja dann durch Denkt daran hart im Nebenzünden. Ich habe ihn bei mir. Ich glaube aber, er kommt jetzt zum Haken. Hast du geliehene Zeit? Nee. Was soll das denn? Oh nice, das wird übel jetzt. Das wird übel. Jo. Tja. Egal. Ja. Nee, der ist an. Ja, das Jahr fängt doch gut an, Pommes, oder nicht? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gestorben. Moin, Moin. Hi, hi. Oh, du bist ja noch am Leben. Ja. Komm, wir freuen uns des Lebens hier. Juhu. Ja, Juhu. Oh, warum kann man nichts leiden auf dem Schnee? Juhu. Ja, so, so, so Freudensprünge jetzt so, so, ne? Ach, der ist auch schon fertig. Ich hab' gern, nach wie vor, Stinkefinger. Ja, ne. Beim Sterben manchmal für den Kinder oder für euch. Oha! Karma ist ne Bitch! Ja, na, ist ne Bitch, was? Was hab ich dir denn getan? Was hab ich dir denn getan? Warum bist du jetzt so? Wollt auch nochmal was sagen. Voll agro, voll agro, ey. Ah, wo sind die guten Vorsätze fürs neue Jahr? Die Gents. Ja, ich bin an einem. Ich glaub, ich werde jetzt dieses Jahr weniger Community-Runden machen, glaube ich. Ja, daneben. Was sagst du mit Community? Ich hab' jetzt nicht zugehört. Weniger Community-Runden in 2022. Ah, ist trotzdem hinter mir her. Es war nett gemeint, aber... Wenn ich mir deine Performance so angucke, Pommes, dann stimme ich dir zu. Oh mein Gott, Marita, wo bist du? Ich? Äh, am Gen. Der ist 50. Äh, am... Ne, kein Tor ist hier. Doch, ist ein Tor hier. Ja, tank doch noch einen Schlag für sie. Sie kann ja noch zweimal hängen. Richtig. Ein Effekt, ne? Der hat kein Wachter auf mich. Ja. Ja, oh. Ach. War mal die Palette am Kopf gegangen. Vor allem, der portet sich zu keinem Gen, ne? Oh, er kommt zu mir. Oh, scheiße. Palette war schon gezogen. Oh, was war das denn? Voll der Fail. Na, er macht jetzt erst mal den Gen, äh... Kaputt. Ja, wir sind da. Wir gehen ran. Wir gehen da ran. Oh, ich hab deine Taschenlampe gesehen. Hm. Oh, die... Wenn ich die nur abziehen könnte, ne? Das wär doch das i-Tüpfelchen, so. Ja, mach dir Blutfitzen hin. Achso, ich kann mich ja heilen. Mach die ganze Zeit dir Blutfitzen hin, ey. Beim Gen? Ja. Hm. Ja, komisch. Da sind... Es sind zwei Gents... Drei Gents jetzt auf einer Linie. Das ist gar nicht so gut, ne? So. Wo ist deine Taschenlampe? Shit, 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 shit. Ach, die hat er auch schon kaputt gemacht, die Palette. Ne, aber wieder am Gen. Ecke! Erwarte nicht zu viel, Jana. Ah, scheiße. Nee, bei den beiden Männer auf gar keinen Fall. Heute nicht. Heute ist irgendwie... Der Wurm drin beim Abhängen bei den Männern. Die hängen dich so gern ab. Ich hab jetzt noch nöt. Ich drück die Daumen. Aber... Sein ist so. Er ist insane. Er ist insane. Er kommt von hinten. Aber es dauert immer ewig, bis er die Paletten kaputt macht, also... Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ich glaub, der hat bestimmt nöt, ne? Nicht stimmt. Äh, ist am Haken. Vorsicht. Oh, fuck, ja. Also, ich hab geliehene Zeit bei, ne? Ich mach jetzt das Tor auf, hier. Weil das ist essentiell für das Entkommen, ne? Ja. Vorsicht, er ist wieder am Eingang, Graf. Er ist wieder vor mir. So, Tor ist auf. Graf, jetzt weiß ich nicht, ob er, äh, nöt bei hat, ne? Ja, können wir trotzdem. Du musst jetzt zum Schlag tanken. Ja. Ja, nicht abhängen. Also, was machst du denn? Du musst doch jetzt so ein Schlag tanken. Ja, und nicht abhängen. Ja, und nicht abhängen. Ich hab doch geliehene Zeit bei. Die versuchts doch mal, halt euch schnell. Wo soll sie mit dir? Ja, er geht zu gerade, er geht zu gerade. Na, er ist wieder, komm wieder. Ich kann mich aber nicht heilen, aber ich hab hartem Nehmen dabei. Lauf! Schaffen wir nicht. Doch, doch, schaffen wir. Schaffen wir. Easy going. Ja, mega gut! Super, du Lappen! Du bist bei mir gerade gesprungen, wie geil war das denn? Als wenn du so Freundssprünge machst. Ach, entschuldige. Schön, so kann das laufen. Ne, Jesse? Ja! Wir können uns des Lebens freuen. Juhu! Oh, Scheiße. Die kommt gleich durchs Mikro, ey. Oh, was ne geile Silvester-Folge. Ah, fängt so gut an das Jahr. Ne, wir haben ja gesagt, guten Rund. Also, das hat geendet, das ja gut. Ach ja, gut. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, es hat ja super geendet quasi. Genie ist die Kicks, oder? Genie ist die Kicks. Oh. Oh, honey. Okay, Sie haben die Kicks. Und, also, nächsten Mal. So, jetzt ist der Kicks. Oh, okay, ich." Oh, okay, wir sehen uns. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Bis zum nächsten Mal.